Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Mathe-Abi und vielleicht bist du noch ganz entspannt, vielleicht nimmt aber auch der Stresspiegel langsam zu und vielleicht stellst du dir sogar diese Frage, wie soll ich eigentlich durch dieses Mathe-Abi durchkommen? Ich möchte dich ja begleiten auf dem Weg zum besten Mathe-Abi deines Lebens und ich möchte dir in diesem Zusammenhang mal meinen ehemaligen Arbeitgeber vorstellen und zwar handelt es sich um Abi-Turma. Abi-Turma bietet Vorbereitungskurse für das Mathematik-Abitur an und ich habe dort sechs Jahre gearbeitet. Ich war in der Didaktik-Abteilung, habe mir also die Frage gestellt, wie kann man denn gutes und effektives Mathe-Lernen ermöglichen und wie müsste eigentlich so ein Kurskonzept aussehen, um das zu ermöglichen? Ich war dann lange, lange Kursleiter und bin durch alle möglichen Städte getourt und habe Abi-Vorbereitungskurse gegeben. Und häufig kommt unter meinen Videos die Frage, wie hast du das gemacht, wie bist du irgendwie, was hast du für Kurse gegeben? Ich bin mit Abi-Turma durch alle möglichen Städte getourt und habe dort für über 1000 Leute Mathe-Kurse gegeben. Und deswegen habe ich auch so viel Bock auf dieses Mathe-Abi, weil ich gesehen habe, wie schnell und effektiv und sauber man sich auf diese Sache vorbereiten kann, wenn man einen guten Überblick bekommt. Und darum geht es bei Abi-Turma. Wie läuft so ein Kurs ab? Naja, das ist im Prinzip so eine Art Ferien-Nachhilfe-Kurs. Ich finde das Wort Nachhilfe nicht so schön, aber im Prinzip ist es das. Du buchst einen Kurs und dann kannst du dich entscheiden zwischen Online und Offline. Online hat den Vorteil, dass du von zu Hause lernen kannst. Offline, also vor Ort, hat den Vorteil, dass du halt diese Klassenzimmer-Atmosphäre hast und du kannst eben aussuchen, was für dich da gut passt. Durchgeführt werden die Kurse von Leuten, die exzellent erklären können. Wirklich Leute, die Mathematik, Physik auf richtig, richtig hohem Niveau studieren. Und ich kann das wirklich sagen, weil ich einen Großteil dieser Leute wirklich selber ausgewählt habe. Also ich habe diese Bewerbungsgespräche geführt und diese Menschen dort eingesetzt. Also ich weiß, dass die Kursleiterinnen und Kursleiter wirklich sehr, sehr gut in Mathe sind und verdammt gut erklären können. In sechs Tagen wird dann der Versuch unternommen, die gesamte Abi-Mathematik in diesen Kurs zu bringen. Also der Anspruch ist wirklich, einen sehr, sehr guten Überblick zu liefern über all die Themen, die in so einem Mathe-Abi wichtig sind. Und wenn du zum Beispiel sagst, ja, puh, das ist alles ganz schön viel und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, dann ist das vielleicht ein Angebot, das für dich Sinn geben würde. Gucken wir uns nochmal die Homepage an, dein Mathe-Abi-Intensivkurs auf Augenhöhe. Und das ist eine der großen Stärken. Abi-Toma ist eine wertschätzende Kursatmosphäre, extrem wichtig. Also es wird nicht passieren, dass es vielleicht so eine Atmosphäre wie in der Schule gibt, wo jemand sagt, äh, das ist noch nicht verstanden und das ist aber nicht so eine gute Frage, sondern es geht wirklich darum, wertschätzend und auf Augenhöhe dir Mathe zu vermitteln. Du kannst dort alle deine Fragen loswerden und es wird immer eine positive Lernatmosphäre geben. Das ist bei Abi-Toma super wichtig. Es gibt ein ausgefeiltes Kurskonzept, das bedeutet, dass du dir keine Gedanken darüber machen musst, irgendwelche Inhalte zu systematisieren, sondern du wirst wirklich von A bis Z durch diese Mathe-Inhalte hindurchgeführt und kannst dich wirklich ganz doll auf dein Lernen konzentrieren. Das ist ziemlich nice. Wenn du unzufrieden sein solltest oder sagen solltest, ja, der Kurs ist irgendwie doch nichts für mich, ähm, ich lerne lieber alleine, dann kriegst du auch noch deine Kursgebühr zurück bis zum Ende des zweiten Kurstages. Also du kannst dir wirklich ganz sicher sein, dass Abi-Toma dich und deinen Lernerfolg in den Mittelpunkt stellt. Und du hörst schon raus, ich sage dir das sehr überzeugt. Warum? Naja, weil ich fünf Jahre hier gearbeitet habe und weil das wirklich ein cooles Konzept ist und weil ich das wirklich als sehr, sehr schön und bereichernd erlebt habe, wenn man Menschen innerhalb von fünf oder sechs Tagen halt so weit nach vorne bringt, dass sie sagen, ja, ich traue mir dieses Mathe-Abi jetzt zu und es gibt Hoffnung. Und vielleicht sagst du ja, ja, okay, ich gucke mir das zumindest mal an. Wenn Rick das empfiehlt, ist das vielleicht eine ganz gute Idee? Mach das mal. Es gibt hier verschiedene Kurse, die du buchen kannst. So ein Kurs kostet 179 Euro für sechs Tage. Du kriegst dafür 27 Stunden Mathe-Power, das sind nicht mal sieben Euro pro Stunde. Und wenn du bei deiner Anmeldung den Code RICK eingibst, dann kriegst du 10 Euro Rabatt. Ich hatte immer sehr viel Spaß mit Abi-Toma, weil es stets eine sehr wertschätzende und produktive Atmosphäre war. Danke auch nochmal an Abi-Toma für die Kooperation, die wir jetzt starten. Schaust dir mal an, ich verlinke dir alles, was du brauchst. Die nächsten Kurse starten am 11. April. Der Gutscheincode heißt RICK. Nice. Und dann sehen wir uns im nächsten Mathe-Video wieder. Ich freue mich auf dich. Lass es dir gut gehen und auf bald. Dein RICK